Das ist echt lecker. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute zeige ich euch zwei warme Frühstücksideen. Denn wenn es morgens kalt ist und man noch so ein bisschen friert und raus muss, dann braucht man doch am besten was Warmes, Leckeres im Magen. Ich würde sagen, wann es so lecker ist, los geht's. Als allererstes brauchen wir Milch, Haferflocken, ein paar Reisflocken, auf jeden Fall Zimt, etwas Salz, eine Banane, ein paar Datteln und wer möchte etwas Mandelmus. Und los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Für das zweite Oatmeal brauchen wir Mandelmilch, Haferflocken, etwas Buchweizen, Mandelmus, etwas Agavensaft oder Honig, Salz, Zimt und einen leckeren Apfel. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Oatmeal am Morgen und der Tag kann kommen. Ich finde es wirklich klasse, wenn man schon was Warmes morgens gegessen hat. Das wärmt von innen und hält auch ein bisschen länger vor. Ich finde auch, dass so ein Oatmeal wirklich gut sättigt. Da kann der Morgen kommen und dann kann man schon so ein bisschen was reißen. Hier unten verlinke ich dir nochmal zwei Videos zum Weiterklicken. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns schon morgen wieder zu PGLD. Also ich freue mich. Bis morgen. Tschüss.